hallo liebe camper freunde da bin ich wieder mal mit einem neuen campingplatz für euch wunderschön dieses mal ist es der campingplatz in afion karaisar es heißt caravan park und camping dieser campingplatz ist in der mxgp also in der motocross piste in afion karaisar in dieser piste werden weltmeisterschaften und landesmeisterschaften ausgehübt in diesem campingplatz sind reichlich stellplätze für wohnmobile und zelt vorhanden ebenso gibt es sanitäranlagen mit warmwasser küche waschmaschinen bügeleisen gibt es auch internet gibt es dort auch ansonsten kann man auch mit seinem eigenen enduro auf dieser piste fahren aber nur enduro ja worauf wartet ihr dann noch koffer packen und ab in die türkei bis dann ciao